Soll im Kopfbereich einer modernen Homepage ein Video abgespielt werden, sind exotische Seitenverhältnisse wie etwa 4 zu 1 nötig. Dank moderner Videoschnittsoftware ist es jedoch kein Problem, derartige Videos zu erzeugen. Dazu eignet sich beispielsweise Video Pro X von Magix. Vor dem Zuschneiden eines Videos ist es nötig, über Datei Einstellungen Film in das Einstellungsfenster Projekt Filmeinstellungen zu wechseln. Dort werden die gewünschten Einstellungen für Breite, Höhe und Seitenverhältnis eingegeben. Nun werden die Videoclips importiert, wobei deren Seitenverhältnis ignoriert wird. Da jeder einzelne Clip eine eigene Größe bekommen kann, ist es wichtig, alle Einzelclips auf eine identische Größe zuzuschneiden. Dazu sind der Reiter Effekte, die Funktion Position, Größe sowie ein Clip anzuwählen und ist der erscheinende Rahmen in der Größe entsprechend zu skalieren. Dieser Vorgang ist für jeden Videoclip zu wiederholen. Sind alle Clips skaliert, kann über Datei Film exportieren Video als MPEG-4 das Video erzeugt werden. Nun noch prüfen, ob die Einstellungen sowie der Zielpfad passen und mit OK den Export starten. Das Ergebnis zeigt, dass der Zuschnitt korrekt vorgenommen wurde. In der Homepage macht das eingebundene Video eine gute Figur.